Und Krieg und Berichte über feindlicher Krieg in den Riesen gibt es vor. Das ist eine verdammte Zeitverschränkung. Niemand hat den Absturz überlebt. Warte mal, ich muss mal eine Stange Wasser an die Ecke stellen. Was zum Teufel? Achtung, Engländer! Achtung! Engländer! Du kannst jetzt runtergehen. Er wird nicht mehr Probleme geben. Oh, Major Ingram, SOE. Unsere Freunde von der Deutschen Ressistenz sahen, dass dein Flugzeug runtergefallen ist. Also haben wir versucht, zu schauen, ob Jerry etwas zu interessiert ist. Grab ein Weapon von einem der jenen Jerrys und folgen uns. Wir haben ein wichtiges Trainingskampf. Als das geschlossen ist, werden wir dich nach Hause direkt in der Reihe. Let's go! Was ist das? Das war's für heute. 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 Doyle, stay close. You're not shooting from 10,000 feet. You're in the war now. Get moving across this bridge. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Das war's. 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 Das war's.